Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Sonne! Oh yeah, die Sonne scheint zwar gerade nicht, es ist nämlich mal Abend aus. Und zwar mit unserem wunderschönen Outfit gehen wir jetzt auf Route 4. Der Weg nach Rohana, genau, da wollten wir hin. Äh, ist mein Team denn cool soweit? Ist mein Team denn cool? Ja, mein Team ist super, super cool. Cooler könnte es quasi gar nicht sein. Mal gucken, ob der Paso da oben das genauso sieht. Beziehungsweise, ich würde ihn gerne fragen, aber ich darf nicht, denn zunächst einmal werden wir ein wildes... Pepec nicht bekämpfen, denn wir sind so freundlich und wir lassen Pepec einfach mal Pepec sein und, äh, ja, gehen unserer Wege. Übrigens, Leute, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es ist ab sofort Magiana erhältlich. Das mysteriöse Pokémon vom Typ Stahl und Fee. Dafür müsst ihr einen besonderen QR-Code einscannen, da gibt es ganz viel Informationen zu... Oh, ein Pampuli! Oh, 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 ich muss sagen... Ich muss sagen, das finde ich doch spontan sehr attraktiv. Der Biss ist völlig falsch einsortiert hier, vor allem. Ich werde jetzt mal gucken, ob es eine gewisse Fähigkeit hat. Äh, nein, hat es leider nicht. Ich überlege gerade, hm... Ich würde es halt echt gerne ins Team nehmen, muss ich sagen. Ich würde es wirklich, wirklich gerne ins Team nehmen. Wir rennen mal weg, ähm, und warten, bis eins kommt mit einer anderen Fähigkeit, weil es hat dann, hat noch eine, eine, eine Signature-Fähigkeit von ihm. Und die ist super, super cool, vor allem für den Playthrough. Also ich lasse euch, Leute, Pampuli, beziehungsweise das Pokémon, zu das es ihn später weiterentwickeln wird. Meiner Meinung nach, eines der besten Pokémon für einen ganz normalen Playthrough. Wie gesagt, nicht jetzt kompetentiv gesehen, sondern einfach für den Playthrough. Tipps für Trainer. Pokémon derselben Art können sich hier ihren Statuswert unterscheiden. Selbst wenn sie am Anfang die gleichen Werte haben, kann es im Verlauf ihres Trainings zu großen Unterschieden kommen. Ja, 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 woran das wohl liegen kann. EVs, äh, DVs, äh, äh, hallöchen. Sobald sie unsere Blicke treffen, bin ich zur Stelle. Dafür musst du nicht mal klingeln. Ja, so wie der da schon stand. Seinen Ball werfend, total ready für alles. Wie das aussieht. Bitte hier entlang, Sir. Okay, George. Ich kann mich gar nicht an ihn erinnern. Ich glaube, gegen so viele Hotelpagen kämpfen doch nicht. Ja, da, Driftlon. Dö, 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 dö. Du darfst diesen Parten niemals sehen. Das ist die Lieblingsmokon, müsst ihr wissen. Ich glaube, sie möchte nicht, dass Driftlons besiegt werden. Aber wir haben keine Wahl. Wir setzen ihn bisher, der immer noch falsch einsortiert. Das habe ich auch eben noch gesagt und trotzdem nicht mehr umgeändert. Und Driftlon ist immer wieder diese wunderschöne Animation. Und ich schrecke selbstverständlich zurück. Alles andere wäre ja irgendwie Unsinn, nicht wahr? Windschluss. Ja, mach lieber Windschluss. Der macht zwar wahrscheinlich ein bisschen... Der macht gar nicht mehr Schaden, glaube ich, oder? Nee, der hat so gemacht. Ich weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall vom Level ein bisschen tiefer. Das heißt, unser Wuffels wird nicht ganz so sehr reinhauen. Aber das kommt noch, Leute. Wuffels muss hier erst noch wachsen, nicht wahr? Einen Angriff überlegen wir noch. Sollten wir eigentlich schon. Außer es kommt halt... Ein böser, böser Crit. Was wir mal nicht hoffen. Oder ein Flinch. Ah. Wir nehmen einen Supertrank. So. Weil, Wuffels, soll das alleine machen? Mit Unterstützung von Tränken. Aber okay. Oh Gott, das wird eklig. Okay, bitte, Wuffels. Du musst jetzt treffen. Ansonsten ist alles vorbei. Da wird ansonsten alles untergehen. Das liegt jetzt an dir, Wuffels. Ein Energiefokus. Damit auch noch gleich Crit into Flinch, Leute. Ich sehe das schon. True Combo, aber bringt nichts, weil... Biss. So, sehr schön. Level Up. Ja, sollte doch auf jeden Fall drin da sein. Wuffels soll ich Level Drive ziehen? Nee, Peter, heiler. Gib doch den anderen ein bisschen was. Peter. Nicht nur, dass ich jetzt kein Trinkgeld kriege. Ich muss sogar mein eigenes rausrücken. Aber er sieht doch sehr gefasst aus dafür, dass er gerade seine Kohle abgeben musste. Haben wir ihn richtig ausgezogen. So, erstmal der Biss, Leute. Der Biss. Das geht gar nicht. So, ihr kennt ja meine Ordnung. Da ist der Biss richtig. Sehr schön. Soll ich mal schauen, ob ich... Ich weiß halt nicht, wie viel Gras hier noch. Aber ich überlege gerade, ob ich nochmal gezielt nach einem Pampuli suchen soll. Wir können ja mal schauen. Auf der Route wird es bestimmt noch einige andere Grasfelder geben. Hallöchen, was kann ich für sie... Uh... Uh... Ein Zygarde-Würfel... Äh, nein, eine... Ich habe es verliebt. Der Zygarde-Würfel hat sie angenommen. Hallö. Sie schlängelnde Wege, Bergen, auf geheime Orte, wo du allzu leicht übersiehst. Richtig, wie zum Beispiel das hier mit dem Sammler und einem wilden Pokémon, welches hoffentlich ein Pampuli mit der wunderbaren Fähigkeit Zähigkeit ist. Du bist schon mal ein Pampuli. Damit qualifizierst du dich auf jeden Fall schon mal für... Ja, dafür gefangen zu sein. Ich sehe gerade, ich habe den Biss falsch einsortiert. Das ist ja gar kein normal Pokémon. Der Biss muss natürlich über den Tackle. Der ist ja stärker. Meine eigene Ordnung. Quasi, ich habe ihn angebracht. So, und... Okay. Er hat auch nicht die Fähigkeit. Oder geht er sich denn jetzt flinscht? Probier mal Tackle. Hat er es gerade überhaupt... Ist er gerade überhaupt zurückgeschreckt? Ich glaube schon, oder? Nee, jetzt hat er die Fähigkeit einfach nicht. Ich will die andere Fähigkeit haben. Ich weiß gar nicht, was diese Fähigkeit hier ist, die es gerade hat. Aber die andere ist einfach... Die andere Fähigkeit ist so gut, dass ich mehr... Ich will nicht mal herausfinden, was die andere Fähigkeit ist. Einfach weil die... Die besondere Fähigkeit so viel besser ist. Gefühlt jedenfalls. Weil wie gesagt, ich hatte es im Playroom. Da war es einfach extrem broken. Du kannst mich den Sammler nennen. Warum? Weil ich gerne Pokémon sammle. Bist du etwa ein Sammler? Das heißt, wir müssen uns gleich wieder ein paar seltene Pokémon entgegenwerfen. Wie das ja meistens so ist bei Sammlern, nicht wahr? Deine Mamfaxo. Ja, das kann man... Das kann man schon als selten sehen. So, aber ich glaube, vom Level her... Das wäre gar nicht so krass. Okay, der LP-Teiler muss dann definitiv ausgeschaltet werden. Ich dachte eigentlich, wir sind jetzt weit drüber. Aber unsere anderen Poké sind schon echt eine gute Stufe. So drüber, also... Merken, bis umsortieren und den LP-Teiler abschalten. Das kriege ich doch hin. Bitte nicht paralysieren. Sei ein nettes Mamfaxo. Du bist kein nettes Mamfaxo. Du kriegst nichts zu essen mehr. Nie wieder. Wenn ihr einmal Mamfaxo mit irgendwas bedrohen wollt, dann damit, Leute. Weil ich glaube... Ich bin halt paralysiert einfach. Der Eilnigler. Ich wechsle aus. Nee, nee, auf das Spiel lasse ich mich gar nicht ein. Mann, wuffelst du. Du ziehst die Hexe aber auch an, ne? Erst hier die ganze Zeit zurückschrecken. Jetzt das, also... Mann, 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 Mann. Trompec, so. Wuffel zu. Ich geb dir doch Mühe. Offenbarlich nicht genug. Nein, schon gut, also... Und dann noch Amnesie. Gut, dass ich nicht... Ich wollte zuerst Kichu reinschicken. Gut, dass ich es dann eher doch nicht getan habe. So, Durchbruch. Bäm. Sollte trotzdem noch sehr guten Schaden verursachen. Also, heißer Tipp. Wenn du nur deine Defensive erhöhst, dann... Damit gewinnst du auch keinen Kampf. Du musst auch... Hättest du mal Toxin oder so vorher ausgemacht. Na dann. Ja, vielleicht. Oder will er mal die kompletten AP ausstolen, die ich noch habe. Das hätte er da mal versuchen können. Aber ich verzweifle, dass das so von Erfolg gekrönt sein... ...wurde. So, Wommel, ich habe gehört, du magst es gegen Krabox zu kämpfen. So ganz spontan. Ja, Krabox, was sage ich dagegen? Kindwurm. Übrigens, Kindwurm, apropos... Ihr hättet Kindwurm, beziehungsweise, falls ihr es nicht getan habt... Kindwurm kann man, meine ich, auf Mele Mele fangen, auf der ersten Insel. Und mit diesen SOS-Encounter, diesen Hilferufen... ...besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass ein Kindwurm sich direkt ein Brutalander um Hilfe sucht. Dieses Brutalander ist halt einfach Level 10. Um den Drehwurm. Ja, so könnt ihr ganz einfach schon ein Brutalander bekommen, Leute. Jetzt habe ich meine Sammlung wohl um eine Niederlage ergänzt. Was doch mal eine ganz nette Sache ist. Vielleicht ein bisschen... ...zu gut, so für den Anfang des Spiels, aber... Naja, ne, nimm mal das mal nicht so genau. Oh Gott, das sind so viele neue... Das kann ich nicht sehen, Leute. Ich muss hier schnell alles neu umsortieren. So. Okay, und den EP-Teiler, den wollte ich ausmachen. So. Denn offensichtlich sind wir vom Level gut genug dabei. So, ja, ein Parahiler auf unserer Wuffels. Und ich hoffe immer noch, dass wir ein Pampuli finden. Das wäre so cool. Weil Pampuli ist so cool. Genau. Ihr hättet euch eventuell schon ahnen können, aber... Ja, ein paar Grasfelder gibt es ja hier noch. So, keine Sorge, ich weiche dem Trainer da nicht aus, wenn du erst zum... Oh, ein Zitterorb. Da sind die so Orbs, mit denen man die SOS Encounter schnell herbeirufen kann. Bei der Ausfahrt meines Reises, die lassen sich gerade Apps entscheiden. Oh Gott, dein Urlauber. Also, mir den Pokémon... Ach, das habe ich euch neulich mal erklärt, ne? Mit dem Zitterorb, dann ruft dein Pokémon halt. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es zum Hilferuf, was halt nützlich ist, wenn man starke Pokémon also mit guten DVs sucht oder mit versteckten Fähigkeiten oder gar Shinies. Und der hat übrigens sehr schöner Touch, möchte ich diese Stelle nochmal erwähnen hier. Das, ich habe vergessen, ein bisschen umzusortieren, Leute. Nein! Das ist ja ein Urlauber, der Typ. Und er hat deswegen natürlich auch ein normales Radfatz. Weil da, wo er herkommt, gibt es halt nur die normalen Radfatz. Und das ist so ein schöner Touch hier. Das ist, ähm... Haben alle diese Urlauber. Das ist eine Trainerklasse, die auch ein paar Mal häufiger vorkommen wird. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schön. So muss das, Leute. Das ist Liebe zum Detail. Weh, du schreckst jetzt zurück, Wurfels. Dankeschön. Ansonsten wäre echt irgendwie... Ansonsten wäre unser Wurf jetzt einfach kaputt gewesen. So. Shinichi, Radfatz wurden mir bei der App zwar empfohlen, aber irgendwie konnte ich mit ihm nicht viel anfangen. Was ist das denn für eine App? Welches Pokémon soll ich nähe? Wahrscheinlich eins dieser einer, der irgendwie random irgendetwas ausspuckt. Und wir hoffen, man könne damit arbeiten. In den meisten Fällen ist es dann halt einfach nicht so. Habe ich ja nicht noch irgendein Item vielleicht, was ich hier mal geben kann? Ach ja, der Zitterob, den kann man auch ein Pokémon zum Tragen geben. Und Pokémon, die unter Bedrohung stehen, kriegen dann ein bisschen Initiative dazu. Und ja, ist ganz nett. Aber ich glaube nicht, dass das so viel genutzt werden wird. Ist doch etwas zu spezifisch. Was hat denn unser Trompeg nochmal für ein Item? Ich habe den Z-Kristall gegeben. Das normalen Z war das ja gut an. Nimm mal die Hack-Attack. Oder wie auch immer. Unser Arboritos trägt gar nichts. Flinkklaue. Wir haben ja schon relativ fixe Pokémon. Ich gebe das einfach Arboritos so. Ich gebe das dann einfach mal dem Arboritos hier. Der wird damit bestimmt irgendwas anfangen können. So, da wir gleich ja bei Ohana sind. Oder kommt hier nochmal? Er kommt noch ein bisschen Gras. Okay, da kommt sogar noch ein Trainer. Sogar noch ein Trainer! Wenn du an Käpt'n Maw vorbei willst, musst du deine Pokémon noch etwas trainieren. Okay, wir sind ja dabei quasi. Wir sind ja dabei, hier zu trainieren. Pokoball ist auch noch in deiner Kelle. Sehr schön. Und du schickst einen Wobbel rein. Ich habe leider noch keine Gesteinsattacke. Das könnte mir ein paar Probleme machen. Gegenwohl, wann lerne ich denn etwa Steinwurf? Müsste ich doch eigentlich? Ich wette, es ist ein Level 14, wo ich Steinwurf lerne. Der Spezialangriff-Drop ist mir egal. Aber der Schaden ist leider etwas zu gut. Ich könnte natürlich Wuffels einfach mal das Normium-Z geben. So nach dem Motto, warum eigentlich nicht? Gott, Trompeg muss wieder ran, Leute. Trompeg, komm bitte zu mir! Trompeg kriegt eigentlich auch sein Level ab, auf jeden Fall. Wenn es dieses Wommel besiegt, aber Stachelspore, das wird dich nicht retten, mein Kleines. Du bist zwar jetzt schneller als ich, aber du bist sowieso schneller als ich, weil Wommels Initiative schon ziemlich gut ist. Und der Pflücker ist auch an der falschen Stelle, Leute. Was ist das denn da? Habe ich geschlafen? Was ist da los? Und ich kriege schon wieder hier eine Full-Para ab. Ja, ja, 25 Prozent, die wir alle lieben, nicht wahr? So, das gleiche muss ich auswechseln. Ich betone es nochmal. Wir hatten eine 25-Prozentige Chance, die volle Paralyse abzubekommen. Ja, jetzt macht er noch eine stärkere Attacke. Aber warte mal, dass die nicht so effektiv war. Also, alles cool. Alles cool, hat er eben mit Feenbrise angegriffen. Und das kleine Wommel. Wurde besiegt, auch wenn ich Wommel nicht gerne besiege. Yay! Level 17 für Trompe. So, gehört sich das. Und Level 40, wofür, jetzt kommt der Steinbruch, oder? Immer noch nicht, Wahnsinn, okay. Oh nein, ich bin besiegt, aber ich will noch nachschlagen. Ich will noch mehr mit dem Blick, weil ich nicht, was ich davon halten soll, Sir. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich fühle mich Ihnen nicht zugetan. So, Attacken umsortieren. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ich finde es übrigens schön, dass ich sehr, sehr viele Leute, von denen man bisher so gehört habe, jedenfalls, mit genau diesem, ja, mit dieser Angewohnheit angesteckt habe, die jetzt auch immer ihre Attacken umsortieren müssen und so weiter. Äh, sorry. So. Gehen wir einfach mal hinunter. Ich will immer das Pampuli, Leute. Ich gehe hier nicht weg, bis ich ein Pampuli mit Zähigkeit habe. Wie gesagt, Zähigkeit ist der Name der Fähigkeit. Pampuli ist ja zum Glück kein seltenes Pokémon, wie wir offensichtlich sehen. Offensichtlich sehen? Wie wir offensichtlich sehen? Was? Ja. Genau. Wie wir oft sehen. Offensichtlich sehen. Daraus kann man offensichtlich. Biss, Attacke! Nom. Hast du Zähigkeit? Ja, geht doch. Wunderschön, jetzt geht durch das. Verteilung von Pampuli steigt. Zähigkeit besagt nämlich, wenn das Pokémon von irgendeiner Attacke getroffen wird. Und ja, egal, ob speziell oder physisch, nur bei physisch ist es natürlich sinnvoller. Dann steigt die Verteidigung um eins. Und ganz ehrlich, das ist super, super, super stark in einem Playthrough. Weil da kann man sich halt auch mit Tränken immer easy gegenheilen. Man kann natürlich mal probieren, also im Wi-Fi kämpfen. Dann können wir natürlich probieren, das irgendwie mit Erholung zu spielen oder so, ob ich das anbiete. Physische Pokémon werden halt ohne Critter nicht mehr da durchkommen. Aber ja, gerade mit dem Playthrough. Deswegen hatte ich auch auf meinem Privatspielstand, ich überlege gerade, ob es einen Durchbruch überlebt. Es hat Verteilung plus eins. Ich mache mal die hier zur Trümmerer. Ja, es hat mir wirklich sehr oft, sehr, sehr oft den Hintern gerettet. Also kann man nicht anders sagen. Echt cooles Pokémon. Und mir gefällt, dass die Seiten in Heimisch blühen. So, Verteilung segnet, Verteilung steigt. Ja, was soll man davon halten, nicht wahr? Ne, Zula! Ich hatte nicht vor, mit Elektrizität anzureifen. So, und dass ich Krabox vorne habe, ist kein Zufall, Leute. Krabox wird dann jetzt wahrscheinlich auch ausgetauscht. Nicht, weil es irgendwie keine gute Leistung erbringt. Man könnte es durchaus noch eine Weile benutzen. Aber, ja, ich habe das schon gesagt. Leider der absolute Abturner, dass man es erst ganz am Ende des Spiels weiterentwickeln kann. Und, bitte, bitte nicht. Tu es nicht! Gut. Don't do it! So, was werfen wir denn? Haben wir irgendwas passendes dabei? Was sieht denn... Der Ball? Was sieht denn kipps aus? Ein Nestball. Hier, das ist... Keine Ahnung. Das sieht doch ganz schön aus. Zack! Rein damit! Und du... bleibst... im... Ball! Yeah! Wunderschön! Pabuli wurde gefahren! Sehr gut! Danke dir! Ich habe auch ein paar Erfahrungspunkte, die ich natürlich jetzt nicht mehr unbedingt brauche. So, dann kriegen wir noch einen Eintrag für die kleine Ziege. Es klingt wie eine Ziege. Es sieht zwar eher aus wie ein Esel, aber ich denke mal, es soll eine Ziege sein. Ist ja auch eigentlich vollkommen egal. Das huft hier! Der ganze Schlamm an seinen Füßen sorgt für die nötige Bodenhaftung, die es für seinen kraftvollen Lauf braucht. Ich finde es putzig. Das klingt irgendwie... Das klingt eidurch nach Ziege. Nein, Spitznamen gibt es nicht, aber... Du darfst in mein Team geschickt werden, mein kleines. Du darfst in das Team... Krabbox, danke für alles! Und vielleicht sehen wir uns ja am Ende des Projekts nochmal wieder. Ganz vielleicht, wer weiß. Ähm, ja, zurücknehmen. Jetzt haben wir natürlich gar keine Z-Attacken mehr drauf. Aber ich wollte ja Wuffels eh das Normalium-Z geben. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-Kraftwurzel. Ach ja, ich habe gerade... Im kurzen Moment dachte ich an die Großwurzel, aber... Leider, leider nicht. Nur die Kraftwurzel hier. So, unser Team ist ein bisschen angeschlagen. Komm. Tja, was kann ich... Was kann ich beim Bulli geben? Habe ich vielleicht noch irgendwelche TMs, die... Die es lernen kann? Akrobatik? Was ist das? Das kann ich keine Akrobatik lernen? Das ist das... Das kann ich ja jetzt gar nicht glauben. So. Wir werden auf jeden Fall noch einem wilden Pokémon begegnen. Das ist doch genau das, was ich sagen wollte. Ähm, ähm. Na, wir werden noch einen Kampf bestreiten. Aber dafür müssen wir erstmal... Ja, noch ein paar Schritte laufen. Und ich meine in Erinnerung zu haben, dass ich... Netterweise nochmal geheilt werde. Das heißt also, ich spare mir das jetzt. Und am Ende werde ich dann nicht geheilt. Das ist offiziell schon gekommen. Aber nein, ich sollte... Da nochmal... Ach, sehr schön. Wir nehmen die Bären des Pokémon... Ich muss es aber besiegen. Fällt gerade auf, wenn ich die Bären haben will, oder? Ja, stimmt doch. Ich muss es besiegen. Ich bin schon mal davor geflohen. Und dann kam dann nämlich einfach wieder die gleiche Message, dass das Pokémon noch da ist. Okay, dann schicke ich erstmal schnell etwas rein, was auf jeden Fall Erfolg im Kampf haben wird. Saved, nämlich Wommel. Wommel, Wommel, Wommel! Diebeskus, auch so eine coole Fähigkeit. Äh, so eine coole Attacke hier. So ein... Für... Im Playthrough. Vor allem, weil man auch noch relativ bald die... Die... Die Großwurzel eben findet. Deswegen dachte ich eben, das wäre sie jetzt schon gewesen. Aber leider nicht. Leider nicht. Da Diebeskus heilt jetzt sowieso schon mehr. Als... Als quasi Fähigkeit der Attacke. Und dann noch mit einer Großwurzel. Hat Wommel tatsächlich eine sehr zuverlässige Art, sich selbst wieder zu regenerieren. Und die Level-Up ist heute mit dabei. Unsere Wommel wird groß. Schön. Wuffelst du leider noch kein Level-Up. Aber schauen wir mal. Gerne Gaufbeere. Gerne Magobeere. Gerne Japabeere. Danke dafür. Okay, da sind auch schon Leute. Ohana. Unser nächstes Ziel. Snap. Snap. So hat es früher mal im Pokémon-Film gesprochen. Ich konnte mit dem Militag nicht reden. Die Neid einfach. Hey Chris, lass uns rausfinden. Wer von uns der Stärkere ist? Immerhin habe ich auch die große Prüfung bestanden, wie er einen Zettringer kämpft. So wie es hier in Ohana aussieht, kommt man sich vor, als würde man einem Duell in einem Western austragen. Voll cool und aufregend. Wir wollen natürlich einen fairen Kampf. Also lass mich eben deine Pokémon wieder fit machen. Wusse ich doch. Richtig in Erinnerung gehabt, Leute. Der gute Tali. Dankeschön. Los geht's, Pikachu und Kurt. Geben wir unser Bestes. Okay. Dann zeig mal so drauf, was mein Freund. Booyah. Kokotena Tali fordert sich heraus mit seinem Pikachu. So. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass ich mit Wuffels hier viel reißen werde. Da, das Pikachu vom Level her. Ja, wobei. Ich kann es ja mal probieren. Ich kann mal den Z-Bloof einfach machen. Los. Der Z-Hyper-Sprint-Angriff. Guck mal, es traut sich mal anzureißen. Weil, ich meine, wir haben hier quasi als Paradebeispiel bei unserem Pichu. Das Pikachu hat eben nicht viel aus. Also, Pikachu hält auch nicht viel aus. Dann nehmen wir Reitschuhe halt viel aus. Also, halten die zwei erst recht nicht viel aus. Dann passt das schon. So, hat er Hyper-Sprint-Angriff. Er kommt und, mal gucken, wie ich es Schaden macht. Ich hoffe irgendwie, dass wir ihn schon über die Hälfte abziehen. Das wäre sehr, sehr angenehm. Dann kann Wuffels ist nämlich vielleicht... Das war nicht die Hälfte. Wir greifen einfach mal weiter. Wir werden ja sehen, wie viel sein Elektroangriff, den er aus irgendwelchen Gründen nicht benutzen möchte. Ich habe ein bisschen Angst vor der Statik. So, ein Biss noch würde ausreichen. Oh, Elektroball. Ich dachte, er hat nur Donnerschock. Das... Puh, Wuffels. Wuffels, Leute. Er wollte alles wieder gut machen. Die ganzen Hacks, die er abbekommen hat hier am Anfang des Parts. Das ist auf jeden Fall gelogen. So, kriege ich jetzt mal bitte den Steinwurf. Endlich. Meine Güte. So, Sandwirbel werde ich niemals einsetzen, wahrscheinlich. Also passt das so. Du wirst jetzt dein Marikeck einsetzen, genau. Ich könnte Pichu benutzen, aber... Aus Gründen werde ich das nicht tun. Ich werde Pichu mal kurz reinschicken, damit es ein bisschen Erfahrungspunkte bekommt, aber... Naja, sagen wir so. Wir sind nicht die Einzigen, die Z-Angriff benutzen können. Ich weiß zwar nicht, ob er auf seinen Marikeck das ebenfalls tut. Aber ich habe halt Angst, dass Pichu besiegt wird. Was soll ich mal? Ich... Komm, ich probiere es mal. Ja, macht... Das macht einfach gar nichts. Okay, ihre Pichu. Genau, das meine ich halt. Kommt jetzt der... Was ist der? Ja, Hinfallsspurt. Wie sieht das bei Marikeck bitte aus? Wie kann denn eine Robbe sprinten? Das müsste man nicht... Das sind die Fragen, die man sich immer stellen muss. Sieht... Das sieht einfach aus. Das würde mir ein High-Five geben wollen. High-Five! Und Pichu wieder... Wir werden einfach niemals ein Pikachu bekommen, weil Pichu... Immer wenn ich Pichu einsetze, es stirbt einfach direkt. Es wird sofort besiegt. Es ist furchtbar. Oh Mann! Ich denke, ich belebe Pichu jetzt auch mal wieder. Wie gesagt, ein Level abbringt ja auch gute Freundschaftspunkte. Das Problem ist halt, wenn er Guck und besiegt wird, verliert es auch einige Freundschaftspunkte wieder. Und das können wir da leider nicht wirklich verhindern. So, Wommel. Mal gucken, wie viel du mit Diebeskus machst. Wahrscheinlich nicht viel. Marikeck hält schon einiges aus. Ja, aber das war... Das war okay. Kommt, wir jetzt ein bisschen darauf an, wie viel er unserem Bommelschaden zufügt. Aber ich glaube, auf lange Sicht sollten wir dieses Match-Up gewinnen. Ich könnte vor allen Dingen... Das tat bis zu sehr weh, nach meinem Geschmack. Weil ich wollte gerade sagen, ich könnte zu Käfertrutz übergehen. Um halt ein bisschen seine Werte zu senken. Ich glaube, eine Wasserdüse sollte ich noch überleben. Ja. Sage ich doch. Eine Wasserdüse sollte ich noch überleben. So, ich sehe gerade einen Spezialangriff hier. Und werde wieder meinen Beutel öffnen. Nee, das wollte ich gar nicht sagen. Ich werde meinen Pokémon wechseln. Und zwar auf... Arboritos muss jetzt den Rest machen, Leute. Ich hätte zwar auch mit Trompec machen können, aber... Bevor der jetzt hier anfängt, irgendwie Tränke zu benutzen, was ich mir durchaus vorstellen könnte, bei einem rivalen Kampf, werde ich es lieber einfach wegklatschen. Mit einem gezielten Rasierblatt. Und da flinklaue ich. Bezweifeln, dass die nötig war jetzt in diesem Match-Up. Bom, Arboritos war nicht der schnellste Pokémon, aber Marikeck ebenfalls nicht. Oh, das sind... Das sind gute Erfahrungen. Pichu reicht ein Level ab. Hey. Hätte sich wahrscheinlich jetzt entwickelt, wenn es nicht besiegt worden wäre. Hey, sag mal, wir müssen auf diese Taktik gekommen. Naja. Ich habe einfach gemacht. Ich habe getan, was ich spürte. Die tiefen Innern. Das war ein guter Kampf. Meine Pokémon hatten auch Spaß. Und darauf kommt es schließlich an. Hey, Chris. Das ist für dich. Angriffs-Plus. Danke für dieses Item, was ich nicht benutzen werde. Wie findest du mein Outfit? Äh, das Herrscher-Pokémon hat eine ziemlich widerstandsfähige Aura, stimmt's? Wieso antwortest du mir nicht? Bei anderen Herrscher-Pokémon ist das bestimmt auch so. Aber wenn ein anderes Plus erzielen die Attacken ein deiner Pokémon mehr Volltreffer, dann spielt die Aura keine große Rolle mehr. Ja, das stimmt, weil dadurch werden ja Buffs mit der Verteidigung ignoriert. Manche Pokémon-Kämpfe gewidmet man und manche verliert man. Schlimm ist nur, wenn man keinen Spaß dabei hat. Also dann, bis später. Ich gehe mir die Ohana-Farm anschauen. Hau rein, Tali. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, wir... Hat er mein Team nochmal geheilt? Gut. Der Tali, das macht er wenigstens immer. Das ist ganz nett. Wir beenden den Part hier, Leute. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.